Wir wecken alle Passagiere, aufgrund eines Notfalls das Flughafengebäude umgehend zu verlassen. Du bist eine tickende Zeitbombe! Davy Crockett ist eine der kleinsten Nuklearwaffen überhaupt. Ihre Sprengkraft entspricht der Wirkung von 10 bis 20 Tonnen TNT. Herr Pooh und Sie werden beschuldigt, einen Attentat begangen zu haben. Geh zur Polizei! Niemals war ich das! Ich wahl mir doch nur, was mir zustickt! Was ist daran falsch? Unsere Aufgabe ist es, den Menschen zu dienen! Alle dachten, du wärst der Bombenleger. Aber ich kannte die Wahrheit. Dann muss ich dich festnehmen, Pfahl, los! Kannst du dann deine Mission noch erfüllen? Ich erinnere mich zwar nicht, wer sie waren. Ich trauere aber um sie. Er kämpft gegen die Terroristen. Er hat sein Gedächtnis verloren und weiß nicht, dass er mal Polizist war. Wo ist die Bombe? Gleicht schon vor. Nein, wir gehen zusammen. Was ist die Bombe? WOH! 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 Untertitelung des ZDF, 2020